Heute sehe ich einen Satz der Jüdischen und ich will verstehen, wie soll man das ausreden, wie kriegt man den Rhythm von Lieder und Lieder seinen öffnen, zusammen gedichten, zusammen wieder reingekommen, direkt in Mediestress, mitten von der Welt und man weiß auch ein bisschen, ob euch kleben und uns erstreiche verschiedene Aspekte von Lieder. Lieder haben nicht getan, ob sie nicht rhythmisch seien, darf man mit einem Rhythm auch, aber noch ein Rhythm ist sehr interessant, konzentrierter, kondensierter, in dem kondensierten Öfen von euch forschen die Welt, von der klären die Welt, was ist da in der Literatur. Hier lehnen auf Zellaches und jüdische Lieder haben lieb zu sein auf Zellaches und kommen zurück zum richtigen Ausdruck. Es ist gewesen ein Poet, Mosche Kulback, und er ist gewesen ein Lehrer in der Schule, wo meine Mutter ist gewesen eine Lehrerin. Ich bin eine Lehrerin, dann auch ein Verwalter von einem Bekannten, Sophie Gurewischu. Und Kulback ist gewesen in Berlin in den 20er Jahren, als ich habe, als auch andere jüdische und russische Scheibe, als ich gewinnen in Berlin. Sie gewinnen eine große Inflation, als man gekannt hat, von 1 Dollar, oder eben auch heute. Und die Inflation und die Rechte haben übergenommen und die Rechte haben übergenommen, in Ipschland. ist es, was ebenso. Es ist ein paar Jahre, die hat was zu tun. Und wir haben viele, 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 viele. ist er durchgegangen in die unregale Grenzen, im Ratenverband. Da ist ein sehr guter Obteil in den Spiegel verstellt, sehr guter Obteil von der Bibliografie, von jüdischer Poesie, in Weißrussland, in Reuter Weißrussland und wir haben ihn arrestiert und wir haben ihn gespürt und wir haben ihn umgebracht. Das ist das Vietname, die Kommunisten haben ihn umgebracht. Aber früher ist er ein witziger MS-Poet. Ich lehne mit der Gimmick erstens und dadurch überleiten wir seit 520. Wo ist, wir sterben? Wenn wir sterben? Und dann so weiter. Aber dafür nehmen wir davon Sorgen, was wir sterben, wenn wir sterben. Das ist der Unterschied zwischen was wir sterben, wenn wir sterben. Masse sprechen Sie nicht von Farben, sondern beiht. Frieden auf Klemmen ist vor Leben. Sie sagen, wir nehmen nicht und geben in der Zeit. Der Gedanke von dem Lied ist, es ist Gebäude auf dem Medium. Ich habe, ich habe, wir kieven, gelang zu verleihen immer noch einmal. Ich sehe, es ist werterhaft auf der Seite und was wir so unterstrahlt werden. Ich kann mir sagen, wo es, wo es wir sterben, wenn wir sterben. Aber man darf sagen, irgendwie mit dem Idiom, wo es wir sterben, wer wir sterben. Bei Eberchazern, das kriegt man sehr kleine, schrägliche Sachen, das darf man sein, die jüdische Poesie, und als es spritzend ist von Farben. Das ist die Dachsache, die Klänge alleine machen, als es spritzend ist. Es ist nicht so, dass man im Wort, offiziell, aber es ist nicht so, dass es nicht so ist, dass man verschiedene Eingenommen in dem französischen Wort, aber es ist nicht gewähnt. Und wie wir kennen, es spritzend ist, viel nicht machen kann. Eine Eise von den genäuer Phonetischen Klangen, aber es ist klar, das spritzend ist, ist, geht über durch die Klangen allein, durch die Phonetik, dem Ton von dem Lied. Wenn wir sterben, wenn wir sterben, sind wir spritzen nicht von Farben, sind wir weit. Frieden dürfen nicht von Leben, sind wir nehmen nicht und geben in der Zeit. Ja, nehmen nicht und geben in der Zeit ist ein Gebäude auf Masse und Maten. Wir geben und wir nehmen. Und die Thematik ist gar nicht genutzt, aber die Nutzung der Sprache macht es wichtig, macht es interessant. Wenn wir sterben, wenn wir sterben, sind wir spritzen nicht von Farben, sind wir weit. Frieden dürfen nicht von Leben, sind wir nehmen nicht und geben in der Zeit. Das ist ein bekanntes Wort. Das heißt, ich meine, es ist alles getracht, aber das ist Kulberg. Mein Zelt in der Schuhe, wo meine Mama in Gewänder noch verwalte. So eine figurative Schuhe. Heute ist er in einem winterdicken Tag, in einem kalten, schneiden, verschneiden Tag. Heute ist er der nächste von Literatur. Heute hat er geschickt, einen Engel zu bringen, einen Hering. Er hat einen gebracht, einen Hering. Und der Klass ist gestanden und ich verstanden, was er tut. Und er hat gesagt, nur ist er schreibt. Du kriegst da Winter, du kriegst da Hering und schreib. Das versteht sich auch sehr. Nicht formal und nicht traditionell. Das hier ist. Ja, ich bin, manchmal nicht sehen. Ich habe es mir abgedrekt, aber ich kann es mir übergeben, Ich will nicht. Ich kann es mir einfach mal bei dir. Ich will nicht mehr, dass du das menschleuhe. Ich will nicht mehr überhören.